Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Platte-Bundle von Rilla. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Platte von Rilla, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Es ist ein Bundle, bestehend aus zwei Stücken. Und zwar haben wir hier einmal das Album und dann haben wir zum zweiten einen Hoodie. Jawohl. Der gute Mann war früher lange Zeit in der Deutschrap-Szene aktiv, damals noch als Joe Rilla, unter anderem damals auch bei Agro Berlin tätig gewesen. Und das letzte Album ist leider schon etwas her, das kam nämlich 2008, damals eben als Joe Rilla. Und in den Jahren danach dann mit Sven Gillard gemeinsam als Haudegen und aber auch als Solokünstler Hagen Stoll unterwegs. Jetzt, elf Jahre später, 2019, meiner Meinung nach, endlich, endlich ist es soweit, haben wir ein neues Album von Rilla, der jetzt wirklich nur noch als Rilla und nicht mehr Joe Rilla in Erscheinung tritt. Wir haben hier das Album. Es nennt sich, wie wir hier auf der Shorts erkennen können, Platte. Hier haben wir dann auch noch auf dieser kugelsicheren Weste, auf dieser Weste hier, den Schriftzug Rilla. Und hinter ihm sehen wir schon die Platte. Also Platte, mehr oder weniger das Wortspiel. Einerseits natürlich Platte im Sinne von CD und Album, aber auch natürlich Platte, weil der gute Mann hier aus Ost-Berlin kommt, aus Marzahn, um genauer zu sein, und dort eben jede Menge solcher Plattenbauten stehen und er auch dort in dieser Gegend aufgewachsen ist. Jawohl! Also wir sehen hier auf dem Cover, den guten Mann sitzend, vor einem dieser Plattenbauten, das Ganze in Schwarz und Weiß. Wir haben hier nur einen roten Teil, also so einen Streifen. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Das Format ist etwas ungewöhnlich, es ist so im Hochformat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie man das genau nennt. Also es ist wie ein Digi-Pack, nur eben hochformatig. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal den Künstlernamen Rilla und Platte stehen. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu sehen, außer eben wieder die Platte. Also es ist im Prinzip mehr oder weniger das, was wir hier vorne sehen, nur eben ohne Rilla davor hockend. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Auch hier haben wir wieder die Platte. So sieht die CD aus. Das ist übrigens das Logo von Rilla, also dieser Totenkopf hier in dem Sägeblatt. So sieht das aus. Und da oben lesen wir dann noch UKM, also das ist die Abkürzung für Unikat Musik. Die CD sieht dann so aus. Dahinter auch wieder der Totenkopf, das Rilla-Logo. Die CD sieht so aus. Ja, mehr ist hier jetzt auch nicht drin, was ich um ehrlich zu sein etwas schade finde. Also ich hätte mich natürlich über ein Booklet gefreut oder zumindest hier irgendwelche Infos zum Album, irgendwelche Credits, wer daran mitgearbeitet hat, wer hier mitgewirkt hat. Aber ja, wir haben hier auch keine Tracklist. Es ist wirklich sehr minimalistisch gehalten, das Ganze. Deswegen die Info für euch. Es ist auf dem Album wirklich nur Rilla drauf. Also wir haben keinerlei Features. Es sind elf Solo-Tracks. Und wir haben bei diesen elf Tracks auch mehr oder weniger eine sehr spezielle Titelwahl. Und zwar heißen die Tracks einfach erstes Geschoss, zweites Geschoss, drittes Geschoss natürlich bis hin zu elftes Geschoss. Also elf Tracks von eins bis elf, elftes Geschoss. Was auch wieder so ein kleines Wortspiel darstellt. Einerseits natürlich Geschoss im Sinne von Projektil oder etwas, was abgeschossen wird. Aber auch natürlich hier Geschoss im Sinne von Stockwerke. Und genau das sehen wir auch hier. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Geschosse hier auf dieser Platte, auf diesem Album-Cover abgebildet. Ja, mein Favorit, ich kann es euch nur ins Herz legen, ist Track Nummer acht, achtes Geschoss. Also für mich unfassbar, aber hört selbst rein. Vielleicht teilt ihr meine Meinung, vielleicht nicht. Und dann kommen wir zum zweiten Bundleinhalt. Es gab das Bundle übrigens nur über den Shop von Rilla, beziehungsweise Unikat Musik zu bestellen, sonst nirgends. Und man konnte das Ganze entsprechend variieren. Also es gab das Ganze auch mit T-Shirts und anderen Optionen. Ich habe mich in diesem Fall für den Hoodie entschieden und den dann in weiß gewählt. Größe konnte man natürlich dann auch auswählen. Also wir haben hier einen klassischen weißen Hoodie und hier dann groß im Brustbereich das schwarze Logo. Also ich muss ehrlich sagen, für mich unfassbar gut gelungen. Dieses Design, das ist auf jeden Fall ein Hoodie, den ich dann auch privat tragen werde und nicht nur in den Schrank legen werde. So, wir haben dann hier unten die Bauchtasche. Das Ganze natürlich mit links und rechts jeweils offen. Also Eingriff links, Eingriff rechts. Hier kann man dann wunderbar die Hände drin verstauen. Hier unten dann der Bund vernäht, ebenso wie hier an den Ärmeln. Dann haben wir hier oben bei der Kapuze entsprechend die beiden Schnüre, um das Ganze dann zuzuziehen. Wir haben es hier zu tun mit Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Ich habe mich für M entschieden. Dann haben wir hier oben auf der Kapuze noch einen Rilla-Schriftzug. Der sieht so aus, man kann es auch sehen, jetzt im Licht, jawohl. Ebenso wie auch das Logo hier ist das Ganze in seinem Hochglanzdruck. Also das glänzt hier und sieht echt gut aus, so dieser Hochglanzdruck. Auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus, blank weiß. Aber wir haben noch auf dem Ärmel, und zwar haben wir hier auf dem linken Ärmel den Schriftzug A-HU. Und auf der rechten Seite ist das Ganze dann blank weiß. Also das noch hier, die Detailbedruckung, die Detailbeschriftung. Jawohl, das war es auch schon. Wir packen den Hoodie mal wieder zusammen. So, ich hoffe, dass das halbwegs hinhaut. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in der Größe M. Wie gesagt, es gab das Ganze auch in T-Shirts und unterschiedlichen Varianten und natürlich auch Größenvariabeln. Und natürlich dem Album an sich Platte mit elf Tracks in diesem hochformatigen Cover. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rilla unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. 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 Vielen Dank.